moin moin und hallo der ausbau des glasfasernetzes ist voll im gange wie läuft dies alles ab der erste schritt ist natürlich dass man erst mal einen glasfaseranschluss bestellen kann wir brauchen dort eine große menge an menschen sprich hausbesitzer die einen glasfaseranschluss haben wollen und wenn die ausbauentscheidung dann das heißt also wenn die benötigte auftrag anzahl im geplanten glasfaserausbau gebiet erreicht ist wird der provider anfangen auszubauen vorher gibt es besichtigungstermine die bedanken den zuständigen ausbaupartner vor ort mit den hauseigentümern oder der hausverwaltung alle notwendigen arbeiten auf dem wohnstück sowie den innenbaulichen maßnahmen besprochen werden und dann kommt es zum start des glasfaserausbaus die dienstleister sprich die bauarbeiter die mit dem verlegen von den glasfaserleitungen im ausbaugebiet und in der jeweiligen straße beauftragt sind fangen an die areas zu öffnen das ist meistens auf dem gehweg dort wird das pflaster abgetragen dort kommen dann glasfaserkabel hinein diese glasfaserkabel die jetzt im ersten schritt verlegt werden sind alles leerrohre darin werden dann unterirdisch klein oder in kleinen gräben die rohre verlegt auf dem öffentlichen grund und im anschluss der bauarbeiten wird dann die die decke wieder geschlossen und status quo wieder hergestellt dies passiert straße für straße area for area dann kommt man in den hausanschluss bereich das heißt also es wird ein hausanschlusstag vereinbart an diesem tag kommt ein weiteres team diese gehen dann mit der absprache des hausbesitzers auf das eigentum auf das grundstück des eigentümers wo der anschluss gesetzt werden sollte und in diesem teil werden dann auf dem eigenen grundstück auch wieder unterirdisch das glasfaser leerrohr weiter verlegt bis in den bis ins haus hinein diese technik wird fiber to the home genannt das heißt ftth das heißt die verlegung von lichtwellenleitern bis in die wohnung des teilnehmers beziehungsweise unmittelbar zum kunden ein wichtiger bestandteil ist dabei f ith fiber in the home worunter man die fieber optische netzwerkisierung innerhalb des hauses auch versteht das heißt man sollte hingehen und sich den mittlersten punkt im haus aussuchen wo die glasfaser dann aus der wand kommen kann dazu müsst ihr zum beispiel im keller zum beispiel etwas finden um das glasfaser dort weiter verlegen zu können oder es gibt möglichkeiten auch das glasfaser rohr mit dem hausanschluss der wasserleitung zusammen verlegen zu können etc da gibt es mehrere unterschiedliche lösungen bei uns hatten wir einen kriechkeller dort wurde das kabel durchgelegt dann kommt es zum nächsten termin wieder ein anderes team an montoren ist dann bei euch zu gast und zwar dort wo ihr selber in eigenregie das glasfaser rohr welches noch ein leerrohr ist in die wohnung zum platz wo euer router dann stehen sollte gebracht worden ist dieses team wird dann das durchblasen das ausblasen im ersten schritt durchführen das bedeutet mit hohem luftdruck wird dort eventuelles schmutzpartikel eventuelle wasseransammlungen im rohr selber raus gepustet und nach diesem gang wird die eigentliche glasfaser durch spezialgeräte dann in den in das leerrohr eingebracht diese werden dort hinein geblasen auch wieder mit luftdruck werden die dort hinein gepresst wichtiges feature ist nämlich dort die glasfaser liegt dann wirklich von eurem punkt im haus wo euer hausanschluss dann ist der glasfaser bis zum zum kasten wo es dann in die große weite welt hinaus geht an es gibt also keine 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 leitungen wo ihr euch das signal teilen muss es gibt keine leitungen wo gesplittet wird es ist eine leitung die nur für euch ist die geht bis zum großen kasten an der straße am verteilzentrum bei diesem auf blasen bei diesem ausblasen etc wird auch noch dann die dose gesetzt damit ist nun die letzte ausbaustufe erledigt und wir kommen zum anschluss und zum schalttermin selber der provider schaltet dann euer signal durch das glasfasernetz frei wenn dies passiert ist könnt ihr mit eurem router der natürlich ein glasfaser fähiger router ist diesen direkt an die dose anklemmen über ein weiteres glasfasernetz kabel diese glasfaser wird dann an den router selber angeschlossen und zwar dort dann an den router direkt das ist das sinnvollste und natürlich auch effizienteste und schnellste in dem fall gibt es ein passives system und ein aktives system die aktiven systeme haben den vorteil dass der router nicht angemeldet werden muss beim hersteller wenn ihr aber ein passives system habt dann habt ihr den vorteil einfach dass ihr dort dann wenn es angemeldet ist nur ein plug and play system habt ihr müsst also nur das kabel verbinden und der router wählt sich automatisch dann in das bestehende netz hinein das glasfasernetz wird dem zufolge direkt aktiviert ihr habt also dann euren router direkt mit dem glasfaser kabel verbunden und das glasfaser kabel ist dann auch an dem an der dose des des glasfaser netzes angeschlossen das ist dann die glasfaser abschluss punkt dort wird dann das glasfaser nämlich euch zur verfügung gestellt und kann abgegriffen werden von eurem router und danach seid ihr im internet und zwar recht flott unterwegs ich sage euch vielen einfach zu schauen bitte abonniert mich geben ihr ein positives feedback und bis zum nächsten mal